Geh mächtig über die Seite auf den Rücken. Wir kommen zum Gesicht. Entspannt euch selbst. Ganz arg bitte beim Gesicht. Je ruhiger ihr seid, desto besser. Klappt die Gesichtsmassage und ganz unaufwendig. Wärmen wir einmal ganz doll die Hände. Wärmen, 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 wärmen. Wunderbar. Ich sehe, der Karl ist noch nicht wieder in der Lage. Dann warten wir noch eine kleine Sekunde. Wir starten, indem wir erstmal die Aura, wenn ihr so mögt, Bestrahlung, indem wir die Hände ein paar Zentimeter rechts und links vom Kopf einfach haltet. Ja. Spürst du die Wärme? Genau. Und dann setz dir die Hände am Kopf oder am Boden auf und beginnst mit beiden Daumen von der Mitte der Stirn parallel zu den Schläfen auszustreichen. So wie wenn ihr hier so ein bisschen Ballast oder Sorgen oder kleine Krümelchen oder Flusen ausstreichen würdet und hier an der Schläfe werden die so weggepflegt. Bis zum nächsten Mal.